Manchmal dünnhäutig, rastlos, unwohl, traurig, normal oder total nüchtern? Vielleicht sollten Sie dann einfach mal Crack probieren. Crack kann Albträume freiwillig des Mitwirkenden schwulen Pornos, Herzrhythmusstörungen, Tötungsparanoia oder das Gefühl auslösen, dass Sie in Flammen stehen. Blut zu pinkeln oder Freunde als sprechende Skelette zu sehen, sind mögliche Nebenwirkungen von Crack. Möglicherweise landen Sie fünf bis sieben Jahre im Gefängnis, wo Sie brutal vergewaltigt werden. Wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, wenden Sie sich an Ihren Dealer, vielleicht brauchen Sie mehr Crack. Crack, wird es nicht Zeit zu erleben, warum so viel Aufhebens darum gemacht wird? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht sollten Sie dann einfach mal Crack probieren. Vielleicht sollten Sie dann einfach mal Crack probieren. Crack, 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 Crack. Crack, Crack, Crack. Crack, Crack, Crack. Malta Tängern. Ja, schauen wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal.